Chagoi, Graunfisch, 72 cm frischer Samsei, Weiblich. Wir haben das Lisei gekauft und haben ihn hier gelassen, weil er unten am Schwanz nicht von der Flosse her normal war. Das ist aber nichts gewesen, es ist einfach ein leicht kosmetisches Problem, sagen wir einmal so. Kannst du noch einmal drehen, dass man sieht, leicht drehen. Da sieht man es. Also das heißt, da fehlt unten ein Stück Schwanz. Ob das wieder rauswächst, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist der irgendwo einmal hänger geblieben, schwer zu sagen. Wenn man es abschneidet, wächst es raus, das dauert aber eigentlich zwei Jahre. Also, das ist ein Hinweis zu dem Fisch. Ansonsten ist der Fisch wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine super Musterung. Also dieses Schubmuster ist wirklich einmalig. Das ist perfekt, ohne jegliche Fehler. Und wenn das dann unten am Schwanz stört, der sollte dann so an sich nicht kaufen. Der wird groß, 90 cm wird er schaffen. Graunfisch hat sehr viele Fische über einen Meter gehabt. Die Blutlinie von dem war exzellent. Die Blutlinie von dem war exzellent. Die Blutlinie von dem war exzellent. finalement geht es um ein bisschen ab und sei es komplett. Die Blutlinie von dem war zum Hermann, der Reg演ur war auf der anderen Seitevi.